So, willkommen zurück bei der letzten Aufnahme von OMSI 1. Warum sag ich das immer dazu? Ach komm, weil ich's kann. So, ähm, ja, die letzte Aufnahme, ähm, OMSI 2 naht in großen Schritten. Ich weiß noch damals, da hatte ich einen Moment mal dazu. Mhm. Ich weiß noch, ähm, da hatte ich mal, müssen hier, ne, Stadtgrenze. So, Moritzstraße, genau, das war da, wo wir eben dachten, wo wir erst hinmüssten, wobei wir dann gemerkt haben, da müssen wir nicht hin. Ich hoffe nicht, verfarme ich jetzt nicht. Mann, 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 du, ist richtig nervenaufreibend. Ähm, da hatte ich ja mit dem Marvin darüber diskutiert in OMSI 2 und wusste noch 2012, was es da so gibt. Und ich muss überlegen, wie lange das jetzt her ist und jetzt stehen wir, äh, nicht mal zwei Wochen vor dem Release. Ich muss überlegen, Release ist bald und wie lange es dann wohl her sein muss. Lange haben wir darauf gewartet und jetzt bald ist es soweit. Ich habe übrigens die Fonds eingefügt für diesen Bus, weiß aber nicht, warum das nicht geht. Ist mir ein Rätsel. Aber, naja, es gibt wesentlich Schlimmeres. Solange die Leute einsteigen, ist, ja, gut. So, kommt da jemand? Da kommen Gestalten raus, genau. Oh, ganz schön viele hier, ne? Der Bus ist, würde ich mal sagen, immer füllt. Und, denke, keine Sorge, natürlich sagen alle Fahrgäste, ab demnächst haben wir unseren Gelenkbus-Dienst hier noch für sich zur Verfügung. Da werden sich die Leute ganz, ganz doll freuen. Nur, ich sehe ja jetzt schon das Drama, komme ich und den Gelenkbus, ähm, bin ich noch nie gefahren. Außer bei, ähm, wie heißt denn das, äh, warte? Achso, genau, Bus-Simulator 2012 und München, City-Bus-Simulator München. Aber, so mit Omsichtphysik, doch, wer hat man den Solaris, so wie nur 18, aber, wenn man den versetzt hatte, ist das Hinterteil ja noch, äh, da geblieben, wo der Bus vorher war. Aber, siehe, Omsichtfolge 38, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mir solche Folgen manchmal merken kann. Ja, also, ich, äh, beeindrucke mich gerade selber. Halt, ah, Mensch! U-Bahnhof, Rathaus, Spandau. War das denn nicht gerade? Ja, lassen wir es mal auf uns zukommen. Und ich merke, wie der Karren vor uns... Halt! Das freut... Straße. Nö, mal kann es sein, dass wir falsch sind. Ascania-Ring. Äh, meine Frage, kann es sein, dass wir falsch abgebogen sind? Sag mal, waren wir nicht hier schon? Wo ist denn die Moritzstraße? Da ist sie nicht. Äh. Nein! Nein! Boah, das war mir so klar, dass wir uns hier noch verfahren, du. Umdrehen, 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 umdrehen. Ja, komm, hier, meine Fresse, du. Aber jetzt mit Vollgas, du, hier. Komm, nee, 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 nee So, wir müssen uns um kein Auto fürchten, in der Geschwindigkeit fährt ich hier eh keins lang. Oh, fährt der Scheiße. Da ist der Junge. So, Moment, wo müssen wir hin? Moritz. So, Moritz, hier einmal hier rechts. So, jetzt kann ich wieder anständig fahren, Stadtgrenze 2, boah, ey, Mensch, ich... Und jetzt weiß ich auch, warum ich hier nie gefahren bin, weil ich zu blöd bin, äh, an dieser Stelle. Ich hab doch gesagt, es ist ein Wunder, wenn ich jetzt hier nicht total abkacken würde. Kann ich mal ganz kurz umschalten, nochmal davor. Ach, ich versuche jetzt nicht nochmal davor zu schalten, nachher geht das Ganze durcheinander. Also, unser Scheinbrutz-Büttler-Damm. Ja, sorry, dass ich jetzt nur zu spät bin für euch. Also, Leute, ich sag euch, äh, meine Nerven, die machen das nicht mehr lange mit mir. Also, ich bin den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, das mir den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, äh, eine Tageskarte heißt das dann? Seit Folge 1. Eine Tageskarte, bitte. Äh, ja. Ähm, muss ich ja immer sagen, diese Frau, die hatte ja echt Power im Blut, ne? Die labert ja fast so viel wie ich, aber auch nur fast. Jetzt hab ich den Ganglo-Virus gemacht, ne? Hey, nee, der fährt noch. Jetzt ist er frei. Ja. Ist das vorne noch weg? Ja, das ist noch weg. Ich glaub, in Hamburg haben die das vorne. Ich glaub, in Hamburg ist das weg vorne. Mein ich. Äh, jetzt kommt U-Bahnhof, Rathaus, Spandau. Man, oh, Mann. Terminus? Nee, das ist hier nicht richtig. Ist natürlich auch sehr, sehr gut, wenn wir hier mit 60 hier fast vorbeirauschen. Da muss ich mir nochmal vorstellen, wenn jetzt irgendein Fahrgast auf die Straße fallen würde. Ja, der hat ja aber ein kleines Problemchen, denn er weiß ja, wenn ich komme... Hallo. Zu spät sind sie mal wieder. Ja, ach, komm. Äh. Jetzt hab ich ja schon ne Menge mehr Splitterfahren. Ach so, Rückgeld will ich auch noch haben. Ich hab zu wenig Rückgeld erhalten. Das weiß ich. Danke. Äh. Ähm. Wenn wir jetzt zum DJ, ne? Ich hab ja eine Tageskarte. Äh, so. Tageskarte. Okay. Da sind sie mal auf die Uhr geschaut. Sie sind viel zu spät gekommen. Ich weiß, dass ich 6,9 Minuten Verspätung hab. Keine Frage, bitte. Denn ich hab mir doch so ne... Ja, wie kann man so ne Stadtrundfahrt gemacht? So nen kleinen Schlenker extra. Zum... Und, äh... Wer jetzt mal ne Kurzschlenker gekauft hat, zum... Also, muss jetzt nichts extra zahlen. Also, ne? War so kostenlos im Preis mit drin. Verstehst du? Der lässt uns fahren. Der ist natürlich sehr nett. So, jetzt ist Brunensbüttler dann, bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich erinnere mich, dass dieser Halteteil hier vorne der Zugbrecher hoch 80 ist. Ähm. Hier sind wir damals beim 200-Abo-Special langgefahren. Von der 13N. Aber, äh... Aber nur vom U-Bahnhof... U-Bahnhof-Rathaus Spandau, oder wie das heißt. Der ganze Teil davor, wo wir eben die ganze Zeit waren, der war da nicht. Das heißt, jetzt fahren wir eigentlich den... Den Bereich, wo wir schon beim 200-Abo-Special gefahren sind. Müsste. Weiß ich nicht. Also, ich hab recht. Wie auch schon so oft. So. Hallo. Wetten, wetten die Sachen jetzt was? Hallo. Wetten der Mann da? Der Mann? Ja, süße, äh... Tim, du wolltest doch mal nach hinten gehen, unsere Fallgäste verkloppen. Ich weiß, ja, ich weiß. Danke, danke, ich weiß. Das mach ich jetzt nicht auf jeden Fall. Jetzt hab ich wenigstens eine andere gute Leistung, äh, dahergezaubert. Und zwar, ich mein, ich, äh... Nebenso, um sie jetzt Platz und sowas mach ich auch, äh... Äh, Orakel, ne? Das ist so, ne, verdiene ich mein Geld mit, das ist ja mein Beruf, ne? Orakel halt, äh... Äh, und, ja. Rollo können wir meistens jetzt runter machen, wir können uns hier richtig verschanzen. Damit die Fallgäste nicht sehen, wer am Steuer sitzt, weil wenn die mich sehen am Steuer, äh, dann steigen die jetzt bestimmt nicht ein. Und sie sehen auch der Arsch schon wieder. Da das, der immer zu spät kommt. Wobei das schön ist, bis ich dann verspätet zur Haltestelle komme. Dann steht da eh keiner mehr, weil die denken, ich komm nicht mehr. Ja, aber das ist ja eine ganz andere Sache. Ähm, bei Omtik 2 hab ich unter anderem gelesen in einem längeren Bericht, dass die Fahrgäste jetzt nicht an, auf 1 Stunden zugelaufen kommen direkt, sondern erst, wenn der Bus sich der Haltestelle nähert. Das heißt, es gibt einige Haltestellen auf einigen diversen Maps. Halt, jetzt kann ich mal weitermachen. Seeborgerstraße, genau das ist hier. Und danach kommt Seehoferstraße oder sowas, meine ich. Ähm, äh, ich demonstriere mal ganz kurz, was ich meine. Wenn ich jetzt hier anhalte. Kommen sie. Würden die bei Omtik 2 nicht machen. Die würden dann eventuell, wenn sie im Häuschen sitzen, schon aufs Haltestellenschild zugehen. Also, siehst schon... Ist ja echt auch so. Wenn ihr, wenn ihr da so sitzt, in so einem Haltestellenschild hier... Hallo. Hallo. Also, die Leute, die machen mich hier noch... Darf ich nichts erzählen? Die fallen mir alle ins Wort. Mann, Mann, Mann. Das ist ein Sch which weiß sich ganz kurz aus. Vielen Dank.